So, moin und herzlich willkommen zu The Let's Play Ultimate N.H.S. Remix! Yo, im letzten Mal haben wir alles auf 5 gemacht, so wie ich jetzt nachgeschaut habe. Wir haben Balloon Fight bekommen als Spiel und... Ja, wir haben nicht alles auf 5 gemacht, sehe ich gerade. Ähm, teilweise auf 5, ähm, aber nicht alles. Ich würde sagen, wir machen mit Balloon Fight erstmal weiter. Das ist ein neues Spiel. Fliegen mit A oder B und lasst den Ballon des Gegners platzen. Okay, neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen. Okay, was soll ich machen? Okay, mit A. Oh mein Gott, ist das ein Ton, ey. So, okay, das ist geil. Okay, das kommt mir gar nicht so schwer vor. What the fuck? Ähm, und ja, ich sagte ja bereits, ich hätte auch an einem Weg fliegen können. Oh, scheiße. Wow, cool. Na gut, dann fliegen wir in eine andere Richtung. Da. Kommst du mal her, du Arsch. Kommst du mal her, du Arsch. Nein, du Arsch. Nein, ich bin schon tot. Okay, kurz mal hochfliegen ein bisschen. Na, komm her. So, du Goddammit, Arsch da unten. Ich krieg den nicht. Ich glaub das nicht. Ey, das ist doch unglaublich. Warum so? Ey, was? Eine... Ey, stepp doch mal. Danke. Meine Fresse, was ist das Problem? Lass die Geräte-Geräusch-Ballon platzen. Ja. War vorhin auch mein Plan, aber irgendwie... Mach das halt anders. Komm her, du Arsch. Ich krieg dich. Ey, es wird ja nicht jetzt fail. Das wär echt... Gott, ich wollte gerade sagen, ey. Das ist ultra schlecht, ey. So, es ist noch zu lange, aber gebraucht. Das sind zwei Sterne. What? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, weil wir echt lang gebraucht haben. Dass wir das tatsächlich noch mit drei Sterne schaffen sogar. So, Level 2. Hau den Gegner bewusst los. Was sollen wir machen? Ah, nur hinfliegen, oder was? Wieder drei Level. Hä? Ich check das noch nicht. Gleich. Hau den Gegner bewusst los. Nochmal, okay? Ich checke das... Hä? Das kann nicht so leicht sein, ey. What the fuck? Warum ist das so leicht? Hau den Gegner bewusst los. Äh, ja. Ich soll ihn... Zusammen... What the fuck? Warum ist das so leicht? Ne? Okay, ich bin irritiert. Ja. Eindeutig sehr irritiert. Aber geil, wir haben es geschafft. Scheiß drauf. NES Remix. Level 2. 21. Schon. Wow. Das ist echt merkwürdig, Gott. Ich war irritiert. Juuu. Das nächste. Was sollen wir machen? Lass den Gegner zehn Ballons platzen, okay? Äh, ja. Ein Leben, okay. Achso, Herr Stimme, kann ich das so benutzen? Ich weiß gar nicht, soll... Wir dürfen die... Ach, zu hoch kommen lassen. Ich habe keinen Plan. Wäre natürlich jetzt schlecht, wenn nicht. Dann würde ich sie mich jetzt gleich verkackt gehen. Ich kriege den da oben noch. Okay. Anscheinend ist es egal. Okay. Wir haben es geschafft. Ich war gerade... Ich habe mir gerade echt gedacht so... Yo. Was? Jetzt schon? 22. What the fuck? Warum geht das so schnell? Okay, weiter geht's. Dann... Da ist die Ausbildung von Mario Brothers. Fiel, das wäre... Wir waren bis fünf, ja, wie gesagt. Dann haben wir bis fünf aufgespielt. Machen wir weiter. So, drittes. Lass... Zehn Ballons. What the fuck? Das habe ich gerade gemacht. Ja. Vom Steil ist gleich nochmal. So. Das war eindeutig hohl. So. Lass es drei Ballons platzen. Okay. Was soll ich jetzt machen hier? Ach so. Wir sollen uns bewegen. Okay. Alles klar. Oh, die Steuerung, ey. Die ist ja ultra, ultra schwer, ey. Lass es drei Ballons platzen. Nein. Das verdammte Kacke. So. So, drei. So, schön. Ja, ich muss ab und zu echt konzentrieren, weil es echt nicht leicht ist. So, zack. Geschafft. Gut. Das war gar nicht so schwer wieder. 4 zu 4. Und noch immer kein Regenbuch bei mir bekommen. Es gibt nur noch ein Spiel, das wir kriegen können. Eins fehlt uns noch. Sonst haben wir alle. So, fünftes. Was soll man machen? So, bis die geile Gegner. Okay. Das sind wieder... Ist ein Level nur. Okay. Aufpfei. Hopp. Aufpassen. Ich würde die gerne umfetzen einmal. Eins. Zwei. Drei. So, geschafft. Schön. Da wusste ich sogar genau, was ich machen soll. Das ist sehr gut. So, 12-2. Und es ist wieder kein... Hält, aber kriegt doch kein Regenbogen mehr. What the hell? Der wird 23. Alter, was geht? So. Ja, fast alle NES-Level. Hammerkrank, ey. So. Oh, mein Gott. Punch-Out. Nein. Ich will nicht Punch-Out machen. Ach, Gott. Das kommt so recht. Ah, fuck. Das kommt jetzt. Oh, mein Gott. Welche Pistons... Pistons... Oh, das ist Angriff... Oh, mein Ziel mit drei... Äh... Okay. Alter. Ich hab jetzt voll auf die Fresse bekommen gleich. Eins. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Ich treffe nicht. Eins. Zwei. Drei. So. Zack. Geschafft. Okay. Nochmal das Ganze, oder was? Wäre drei Schläge ab. Okay. Alter. Ich würde jetzt... ...gerne blocken. Ich krieg das nicht hin. Fail. Er hat zweimal geblockt, aber nicht dreimal, ey. Komm schon. Okay, jetzt haben wir es. So ein Rettner abgewählt. Alter, ist das ein Kackspiel, ey. Schlagel zu mir so, weil dein Gegner näher kommt. Okay. Wow. Da hab ich gut getan. Das heißt, wir haben ihn bekommen, mal. Wow. Patti, du hast es ja doch drauf. Oh, man. Was ein Spiel, ey. Wie gesagt, das ist auch eines der Spiele, wo mir egal ist, wenn ich die drei Sterne nicht schaffe. Das ist halt so. Das akzeptieren wir halt. So. Gut. Das sind auch nur noch zwei Dinger. Da haben wir es gleich geschafft. Das ist nicht mehr so viel. So. Greif von unten an und springe in den Gumba-Schuh. Okay. Na, kommst mal her. Da-dam. Da-da-da-da-da-da-dam. Das wollen wir machen. Da-dam. Bessiege drei Sterne sind wir in den Gumba-Schuh. Okay. Nein, ich spring drüber. What the fuck? Na. Ugh. Fail. Oh Gott, der Mad. Mein Gott, ich treff nicht. Ich treff nicht. Da-dam. Ich treff nicht. Das ist so fail. Da-da-dam. Da-da-dam. Da-dam. Das ist einfach so fail. Da-dam. 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 Ich brauche elf Münzen. Scheiße, jetzt bin ich hier drin. Na-dam. Ba-dam. 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 Ba-bam. 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 Ich wollte gerade sagen, ey. Wollte gerade sagen, ey. So, drei Sterne. 172. Und Kid Icarus. Er fehlt sogar noch zwei Spiele. Ergägt gerade. Gut, er fehlt sogar noch zwei Spiele. Dann fehlt uns das und das andere noch. Fail. Und das ist zwischen ein paar... Oh, ich will das nicht machen. Oh Gott, diese Musik. Oh man, oh man, oh man. So. Dann wird das erstmal. Ja, würde ich sagen, dann war der Kid Icarus als nächstes. Besegegegner und sagen, wir treffen fünf Herzen. Okay. Wie besiege ich Gegner? Ach, David, wie besiege ich Gegner? Ach so, mit Pfeilen. Okay. Da, die Musik, ey. Die ist cool. Pit, was geht? Was hast du gemacht hier so? So, vier... Jetzt brauchen wir noch hier. Okay, fünf. What the fuck, ey. Hol dir die Haft und dann fünf Hammer. Okay, es war dumm, dass ich das Ding nochmal angegriffen habe, glaube ich. So, zack. So. Zack. Und da oben ist noch einer. Na, komm her. Geh, heute, das letzte. Erreiche den Ausgang. Okay, haben wir. Da, da... Oh, ey, was zur Hölle? Da oben? Ja, was haben wir gehabt, wenn man mich trifft, hier? Das ist mir scheißegal. Da, 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 da. Oh. Soll eventuell nicht immer da reinlaufen? Hallo, du hast gut gemacht, Pit. Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich. 38, 4. Und Regenbogen. 175. Neuer Level. 24. Yay. So. Weiter geht's. Level 2. Was soll man machen? Siege alle Gegner. Okay. Wie viel Zeit haben wir dafür? Keine. Entscheint. Ja, ich bin irritiert. Mein Gott, was fliegt da so scheiße rum hier? Oh Gott. Oh wow, ich kann mich nur dreimal treffen lassen oder was? Wow. Cool. Ich hab Angst, ich will ja nicht weggehen. Ich kann das nicht... Okay. Ey, das ist doch schwerer als erwartet. Scheiße. Kann ich mich auch ducken? Alter. Ich glaub das nicht, ey. Keht egal, es ist komisch. Keht Eikurus. Mann, beweg dich doch mal, Pit. Oh ja, come on. Was zur Hölle? Wieso kommen das wie Gegner? Was geht? Ja, vor allem nicht. Ich lass mich am Anfang mal gleich treffen, ne? Ja. Ich glaub das nicht. Ich krieg das hier auf die Reihe. Was zur Hölle? What the fuck? Was ist das denn? Und vor allem, ich lass mich tatsächlich in der Erde. Man muss erst fünf Sekunden immer treffen gleich. So. Komm, jetzt mal ganz geschillt hier. Jetzt kommt doch mal runter. Ich hab keinen Bock hochzukommen. Ey, das ist voll der Scheiß hier grad. Mein Gott, weich doch nicht immer aus. Schuss. Boah, dieses Spiel, ey. Verbindung zum Endeffekt war getrennt. Ist mir doch scheißegal, Mann. Ich hab gerade nur Sorgen hier. Ja, ich hab mich schwer treffen lassen. Das ist schön. Wie so ein Standardtreffer halt wahrscheinlich hier, ne? Nein, jetzt waren noch drei Stück im Perioden. Ja, oder? Scheiße. Oh, ungewohnt. Ich hab mich nicht treffen lassen am Anfang. Wow. Na, kommt doch her. Mein Gott. Drei Stück noch. Ich glaub das nicht, ey. What the fuck? Das war knapp, ey. Ich erwisch die nicht. Ohne Scheiß. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Was geht ab hier? Ich krieg das hier auf die Reihe. What the fuck? Ich weiß gar nicht, dass hinter mir einer auftaucht. Okay, jetzt taucht keiner mehr auf. Ich glaub das. Ich raste halt nicht schon raus, ey. Das war kack, ey. Das ist voll das Kackspiel. Meine Gott. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Na, geh ich wieder. So. Jetzt bin ich allen ausgewichen. Aber das Problem ist... Wow. Dass ich tatsächlich sogar volle Leben hatte noch. Bis vor zwei Sekunden auf jeden Fall. Okay, ich hab ein Muster erkannt. Okay, ich hab ein Muster erkannt. Okay, ich hab's gescheckt. Ja, die fliegen jetzt links und rechts die ganze Zeit. Dann geh ich wieder hoch. Obwohl ich glaub, dass ich mich erwischen würde. Wow. Jetzt lebt nur noch der eine da oben. Okay, geschafft. Meine Fresse. Was ist das Problem jetzt hier gewesen, ey? What the fuck, ey? Zwei Sterne. Ja, war klar. Tut mir leid. Ich, wie gesagt... Ich mag das Spiel nicht. Ich hol das vielleicht später nochmal nach. Aber nicht jetzt. So. Was soll ich machen? Was soll passieren? Lass dich in eine Aubergine verwandeln. Okay, und wie? What the fuck? Erreicht das krank aus und lass den Fluch ab. Aber steht nicht, dass ich mich nicht treffen lassen darf. Let me remove the eggplant cures. Danke. Okay, was jetzt? Wir sind ein Gegner, ohne versucht zu werden. Die komischen Dinger hier, ey. Wir sind ein Gegner oder wir sind zwei? Wir sind beide. Wow. 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 Steh, du Aubergine. Okay, und shit. Das war's, ey. God damn it, ey. God damn it. Was ein Spiel, ey. Okay, zwei... Äh, drei Sterne. Jut. 180. Level 25. Haben wir freigeschaltet. Soweit haben wir alle dann freigeschaltet da. Gut. Okay. Get Aquas, Level 4. Sammelherz und kauf das Lebenselixier. Okay. Wir fehlen uns 30. Wir fehlen auch nicht so eine Sammelquest. Leck mich, ey. Äh, ja. Und jetzt wäre es auch schön, wenn wir Gegner noch retten. Na, hallo. Das ist so komische... Da. Ich kriege auch kein... What the fuck, ey. Komm, wenn wir Gegner und da... Ja. Komm mal. Hä? Ah, die spawnen wieder. Okay, alles klar. Nett. No, und weg hier. Tschüss. Wir gehen jetzt. Was für Musik, ey. Einfach auf 210, ne? Oh, ich bin ein Idiot. Gehen wir auf die andere Seite. Was soll denn das denn jetzt hier? Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Sag ich doch. Fuck. Okay, gehen wir diesmal direkt auf die andere Seite. Warum kannst du eigentlich nicht fliegen, Pit? Finde ich unnötig. So, gib her. 20 noch, ey. Na, kommt doch mal her, her, her. Lasst euch da treffen von mir. Ich weiß, ihr wollt eh sterben, also. Komm her. So, jetzt habe ich das gleich. Nein, es ist alles abgehauen. Ich drehe durch. So, jetzt aber. 210. So, abhauen hier. Tschüss. Ich gehe jetzt. Da, da, da. Dankeschön. So, wir haben es. Ja, ich habe alles. Danke. Geht doch. Weiter geht's. Nein, eine Fresse. 29, 3. Und sogar Regenbogen. Gut. Und das war's. So, Level 5 doch, ne? Müssen wir eins noch machen, ne? Ja, müssen wir eins sogar machen. Ich glaube es nicht. Ich gelange ungesehen an den Schnittern vorbei. Sind das die Dinger, oder was? Das sind die Dinger. Oh Gott, was ist das denn, ey? Okay. Verkackt. Ich habe es noch. Ich habe es noch verkackt. Warum geht es nicht weiter, ey? Gleichung gesehen an den Schnittern vorbei. So, erst mal haben wir. Nein. Ja, ich habe es noch kackt wieder. Wow. Kann man natürlich noch Restart machen, weil es noch ein zweites Level kommt. Ich habe keine Ahnung, was im zweiten Level passieren wird. Oh Gott. Na, ich glaube es nicht. Jetzt berühre ich diesen Spacken auch noch, ey. Was ist denn für ein Scheißteil überhaupt hier? Da eigentlich spiele ich definitiv nie Let's Play in Werde, ey. So. Ja, ganz klasse. Jetzt stehe ich hier. Jetzt muss ich warten, bis der wieder sich umgedreht hat. Nein. Oh, please. Oh, jetzt bin ich... Oh, ich zählte euch, ey. Was ein Spiel, ey. So. Oh, sch... What the fuck? Das mit einmal klappt. Das ist so gut. Bitte geschnitten, auch eine Scham zu nehmen. Achso, oh. Okay, so anscheinend nicht. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, hier. Oh Gott, so eine Jump-Passage, ey. Ich glaube das nicht. Jetzt haben wir es noch verkackt. Ich glaube es nicht. Boah, Leute. Ich drehe am Teller. Ja, ich will jetzt gerne das fünfte Level noch schaffen, bevor wir ans sechste denken, hier. Das ist ja schlau. So, gelang ungesehen an den Schnittern vorbei. Ja, wissen wir bereits. Hoppala. Und hoppala. Haben wir. So, das habe ich jetzt gescheckt. Das weiß ich, wie es geht. So, gelang jetzt zum Schnitter. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Oh Gott, ist das eine komplizierte Karriere. Ich habe Angst. Kann er was sterben jetzt hier? Okay, haben wir ihn. Jetzt haben wir es. Meine Fresse. Oh Gott, ey. 30-7. Wir waren schnell. Das stimmt. So, drei. Okay, wir haben es. Mein Gott. Okay. Haben wir alles? Haben wir alles? Haben wir alles? Dann kommt noch Dr. Mario. Ach, das haben wir auch noch. Oh Gott, das müssen wir auch noch komplett machen. So. Eliminieren den Virus am Boden der Flasche. Oh mein Gott. Dann müssen wir ganz runter, ey. Ach, du Kacke. Leck mich am Arsch. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, kommt, nochmal neu. Das war kein Sinn. Ich habe verkackt schon, weil ich einen Fehler gemacht hatte gerade. Warum mache ich das auch? So, zack. Das war mein Plan. Das ist der nächste Plan hier. So, das war mein nächster Plan. Scheiße. Ich habe wieder einen Fehler gemacht, glaube ich. Okay, zack. Einmal abwärts. Ja, den brauche ich sogar gar nicht hier gerade. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Ich habe wieder was verkackt. So, derbe verkackt. Das ist zum Steine kotzen. Ich hasse das Scheiße, ey. Das ist zum Kotzen. Was mache ich hier, ey? Oh, letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, mache ich das nächste Part weiter, ey. So, zack. Mal hier hin. Mal kurz so hindrehen. Ach so. Okay, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben es. Ja, ich habe es gesehen gerade. Das habe ich nicht gesehen gerade zum Anfang wahrscheinlich. 17,7. 17,8. Schoko. So, wir haben es. Sehr gut. So, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir dann anfangen mit Super Mario Bros. 2 und dann mit Kirby und dann gehen wir die nächste Runde machen in Level 6. Dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.